hallo und willkommen zu einer neuen folge vom game based podcast in dieser folge möchten wir uns mit dem thema usk beschäftigen die unterhaltungssoftware selbstkontrolle das ist eine institution die man wahrscheinlich am ehesten davon kennt dass auf wenn man sich ein spiel wirklich haptisch kauft also nicht online dass es dann unten so eine kleine altersklassifizierung gibt und um weil das eben ein sehr wichtiger orientierungspunkt beim kauf ist gerade auch für eltern ob sie einem kind das spiel kaufen sollen oder nicht möchten wir uns heute mit der geschäftsführerin der usk unterhalten elisabeth secker hallo elisabeth hallo nino grüß dich ja super dass du zeit gefunden hast mit mir über dieses sehr wichtige thema zu reden es ist tatsächlich sehr präsent ich habe ja auch schon viele fortbildungen für lehrkräfte gegeben und die usk ist auch ein wichtiger teil der gaming schulung auch ein wichtiger orientierungspunkt möchtest du mal erzählen wie diese institution entstanden ist und was das ziel der einrichtung ist ja sehr gerne also unser ziel und zweck ist ganz klar der jugendschutz bei digitalen spielen wir sind eine einrichtung der freiwilligen selbstkontrolle und zuständig für die prüfung von computer und videospielen in deutschland und gestartet dass das ganze 1994 also wir sind jetzt auch schon fast 30 jahre alt als pilot projekt damals aus der computerspiele beratung des förderer vereins für jugend und sozialarbeit heraus und damals hat man eben gesagt das was sozusagen der film schon ganz ganz lange hat nämlich guten jugendschutz das will auch die games branche natürlich auch so ein stück weit aus dem gedanken heraus dass man die branche ja auch stück weit natürlich auch etablieren professionalisieren und vielleicht auch so ein bisschen aus dieser schmuddelecke rausbringen wollte damals in den 90ern ich glaube dass es gelungen wir sind mittlerweile auch anerkannt sowohl nach dem jugendschutzgesetz des bundes als auch nach dem jugendmedienstaatsvertrag der länder klingt ziemlich rechtlich aber es gibt in deutschland verschiedene gesetze für den jugendschutz und das besondere an der usk das ist dass es auch staatliche vertreterinnen gibt also sprich der staat ist involviert bei den altersfreigaben und es ist ein unabhängiges verfahren mit jugendschutz sachverständigen und ja darüber hinaus machen wir noch ganz ganz viele andere sachen im jugendschutz wir haben mitgliedsunternehmen aus der games branche die sich dauerhaft uns angeschlossen haben um beim jugendschutz zu kooperieren aber wir engagieren uns natürlich auch im bereich der medienbildung ja sehr schön ich habe es ja vorhin schon gesagt es gibt ja die altersklassifizierungen für die für die spiele wie genau kommt denn diese klassifizierung zustande welche kriterien gibt es da wie ist das wenn wir jetzt im podcast auch schon mit spiele entwicklerinnen geredet wenn die jetzt ein spiel zu euch bringen wie genau läuft das verfahren ab also grundsätzlich sind diese altersstufen die du gerade genannt hast die sind tatsächlich im gesetz so festgelegt also 0 6 12 16 18 das sind die altersstufen die es in deutschland sozusagen gesetzlich gibt und ja also wir haben sozusagen wie läuft sowas ab hast ja gefragt irgendwie spieleanbieter reicht erstmal beim spiel bei der usk ein wie und wann macht er das also in deutschland ist es so dass wir ziemlich strenge jugendschutzregeln haben das heißt wenn ein spiele publisher ein spiel in deutschland an minderjährige also den kindern jugendliche verkaufen will dann braucht er ein usk kennzeichen und so kommt ein spiel entsprechend zu uns gerade im klassischen handel braucht man eben entsprechend immer noch ein usk kennzeichen aber auch in der öffentlichkeit mittlerweile gibt es auch so was wie eine kennzeichnungspflicht auf online spiele plattformen und ja dann wird so ein spiel erst mal bei uns durch den testbereich gejagt das heißt wir gucken uns natürlich die spiele ganz genau an wir spielen entsprechend die spiele auch durch dazu haben wir geschulte ehrenamtliche sichterinnen und sichter die entsprechend dann das spiel einen einem unabhängigen gremium aus jugendschutz sachverständigen präsentieren und ja so kommt dann sozusagen so ein spiel in die prüfung dann kann es eine präsentation schon mal so eine stunde dauern oder zwei je nachdem wie groß der spielinhalt auch entsprechend ist und dann haben wir entsprechend auch leute aus der kinder und jugendhilfe medienpädagog innen aber auch sozusagen psycholog innen die dann entsprechend eine altersfreigabe empfehlen und die wird dann von einem ständigen vertreter oder einer ständigen vertreterin der obersten jahres jugendbehörden dann wirklich so mit stempel und verwaltungsakt übernommen und ja im zuge dessen wird natürlich diskutiert anhand von kriterien welche altersfreigabe dann entsprechend für diesen spielinhalt gültig sein soll wir haben es vorhin kurz erwähnt dass es ja eine freiwillige selbstkontrolle ist heißt ich kann als spiele mache auch sagen durch möchte jetzt keine usk klassifizierung kommen was bedeutet denn das dann für das spiel wenn ich jetzt eben keine kennzeichnung habe das kommt ganz darauf an also wenn ich zum beispiel jetzt keine usk kennzeichnung wir hole dann darf ich das spiel in deutschland an minderjährige nicht verkaufen mittlerweile ist auch so dass klasse der klassische handel mediamarkt saturn die natürlich die verlangen dann auch entsprechend zu einer freigabe und der vorteil bei einer usk freigabe ist entsprechend auch dass ich nicht mehr die gefahr laufe indiziert zu werden also wir haben in deutschland ein system wo medien auch wirklich von einer behörde indiziert werden können das heißt da gibt es dann bestimmte verbreitungsbeschränkungen werbeverbote je nachdem was es auch für ein inhalt ist und insofern läuft man auf jeden fall auf nummer sicher wenn man da sich rechtskonform verhält und das spiel eben entweder einreicht oder über andere systeme dann entsprechend kennzeichnet und welche kriterien sorgen denn dafür dass jetzt zum beispiel ein spiel ab 12 ist oder erst ab 16 oder ab 18 wir haben in den fortbildungen da oft den vergleich gemacht mit zum beispiel fortnight was ja ein shooter ist aber ab 12 freigegeben und ja dann gibt es solche sachen wie weiß nicht warzone die ab 18 sind klar wenn man sich so das cover ansieht das eine ist ein bisschen mehr in comic optik nicht blutig aber zum beispiel schwierigkeit komplexität pädagogischer wert et cetera kriterien die da eben mit reinfließen also vielleicht kurz vorweg die usk alters einstuchung sind keine pädagogische empfehlung also das heißt jetzt nicht sagt nichts darüber aus kann ich als einjähriger dieses spiel schon spielen das würde ich auch ehrlich gesagt nicht empfehlen sondern es sagt ganz klar was darüber aus was passiert mit kindern und jugendlichen wenn sie diesen medieninhalt sehen beziehungsweise auch spielen sozusagen hat das irgendwie eine einfluss auf sozusagen die entwicklungs beeinträchtigung von kindern und jugendlichen und wie du schon gesagt hast bei der alterseinstufung von digitalen spielen da gibt es ganz festgelegte kriterien die werden von einem plural besetzten beirat der usk auch entwickelt und beschlossen und dienen erster linie jetzt einmal als grundlage für die gremien und die jugendschutz sachverständigen zur einschätzung der möglichen risiken einer entwicklungs beeinträchtigung von kindern jugendlichen im vordergrund steht natürlich immer kinder und jugendliche mit medieninhalte nicht zu überfordern nicht zu ängstigen nicht nachhaltig zu beeinträchtigen und dann guckt man sich alle möglichen aspekte an also man guckt sich an wie ist die atmosphäre im spiel wie sind die inhalte also wie viel gewalt ist drin welche art und weise werden gewaltdarstellungen dargestellt ist da sexualität mit drin drogen wie ist aber auch zum beispiel das identifikationspotenzial also es ist irgendwie wahrscheinlich dass kinder und jugendliche gewaltdarstellungen in dem fantasy setting besser verkraften können als wenn sie jetzt irgendwie ganz klar ein shooter ist der in berlin spielt und wo man sozusagen sich ganz stark auch mit der lebenswelt sozusagen identifizieren kann also all das sind sozusagen abgrenzungskriterien es wird auch immer so ein bisschen geguckt wie stark können sich kinder und jugendliche von dem medieninhalt auch distanzieren also gibt es schon vor erfahrungen von was kann man entsprechend ausgehen aber wenn wir uns mal zum beispiel so die sechser freigaben anschauen da geht es dann so ein bisschen schon kampf betont dazu da ist mehr handlungsdruck drin da muss ich dann schneller in dem spiel reagieren bei den zwölfer freigaben das ist wie wie du schon gesagt dass auch bei fortner sehr fantasy lastig also nicht also comic-haft dargestellt die gewaltdarstellungen eher zurückhaltend während das sind nicht bei 16er und 18er spielen schon deutlich drastischere gewaltdarstellungen habe hast du manchmal den eindruck dass spiele vielleicht oder denkst du dass die vielleicht anders hätten eingestuft werden sollen keine kritik an eurer arbeit aber ich habe manchmal das gefühl wir haben vorhin bevor wir angefangen haben aufzuzeichnen über life is strange geredet das ist so für mich das beispiel wo ich denke okay das ist ab zwölf da geht es um thema suizid drogen kidnapping et cetera und es ist ja auch schon wir hatten es ja gerade von diesem setting klar ist es ja gezeichnet et cetera aber man kann sich da ja schon ziemlich mit identifizieren wie siehst du das also sowas wie belastende themen spielt spielen auf jeden fall auch eine rolle also man guckt sich natürlich immer an klar kann man sozusagen bestimmte trigger nicht nie ausschließend sagen das hängt dann auch immer von den vorerfahrungen sozusagen jedes einzelnen individuums ab grundsätzlich gibt es aber auch die möglichkeit immer gegen alterskennzeichen berufung zu gehen das heißt einerseits gibt es die möglichkeit für den anbieter zu sagen ich bin mit dem alterskennzeichen das ich beantragt habe das habe ich nicht bekommen jetzt gehe ich noch mal in berufung dann kommt noch mal zweites gremium zustande wiederum kann aber auch der staatliche vertreter sagen da wurde jetzt zwar antragsgemäß entschieden aber ich gehe jetzt trotzdem noch mal in berufung willen zweites verfahren und es geht dann wirklich bis hin zu einem appellationsverfahren rauf und das haben wir dann manchmal wirklich auch bei großen titeln die sehr strittig sind also wir haben es vorher schon genannt shooter ab zwölf fragezeichen fortnight beispiel und so weiter also das sind dann wirklich entscheidungen die sehr sehr lange sehr sehr intensiv diskutiert werden und wo man natürlich dann auch sehr sehr tief reinsteigt machen die großen unternehmen ich sage mal mit ihren triple a titeln dann auch mehr druck also spürt man da mehr druck auf die usk vielleicht ein bisschen niedriger in die altersklassifizierung zu kommen druck würde ich nicht sagen also ich glaube das was ich von der industrie wahrnehmer sind ganz großes vertrauen in die usk und auch wirklich in die unabhängigkeit der verfahren also das ist wirklich auch ganz ganz wichtig dass die usk sich da nicht unter druck setzen lässt sondern entsprechend wirklich auch da ganz klar irgendwie ihre gremien hat und entsprechend auch die unabhängigen sachverständigen das ist auch ein ganz wichtiges kriterium es kann keiner jugendschutz sachverständiger werden der entsprechend in der industrie tätig ist auch kein spiele sichter keine spiele sich darin darf irgendwie eine industrienähe haben also das sind ganz ganz wichtige punkte wo man eben darauf achtet dass so ein verfahren wirklich unabhängig bleibt um sowas wie druck oder wie auch immer auch dann entsprechend auszuschließen die usk ist jetzt ja ein deutsches system es gibt ja aber auch zum beispiel pegi was ja ein europäisches system ist wieso haben wir ein eigenes system und sagen jetzt nicht okay pegi ist uns genug das ist eine super frage die usk gibt es im übrigen länger als pegi auch das ganz spannend und das habe ich auch vorhin schon erwähnt also wir haben in deutschland wirklich mit die strengsten jugendschutzregeln weltweit und der unterschied oder der ganz wesentliche unterschied zu pegi ist dass pegi wirklich alters empfehlungen sind und keine rechtliche verbindlichkeit haben und seit 2003 ist eben auch der staat bei der usk involviert und insofern ist es sozusagen wirklich noch mal ein unterschied warum wir in deutschland so ein bisschen das gallische dorf was die alters kennzeichnung anbelangt sind bei allen anderen wie gesagt ist es so dass der staat da nicht mit involviert ist der vorteil ist aber auch bei der usk dass wirklich über die spiele diskutiert wird und das merken wir auch immer wieder wir arbeiten ja auch mit pegi zusammen im rahmen des ajax-systems zum beispiel das sind die internationalen einstufungen für globale spieleplattformen wo wir dann immer wieder merken es ist schon toll wenn man gremien hat die ganz nah dran sind an kindern und jugendlichen und immer wieder auch so ein sage ich mal neuen neues gesellschaftliches verständnis mit reinbringen können oder auch entsprechend die forschung und die entwicklung irgendwie wieder neu mit berücksichtigen pegi arbeitet zum beispiel mit dem fragebogen modell und bei uns werden entsprechend ja wirklich dann jeder jeder einzelne spielinhalt dann auch diskutiert und eingestuft und geprüft bei diesen internationalen zusammenarbeiten wie du ja gerade gesagt dass bei der international age rating correlation oder bei pegi ist das manchmal so ein bisschen ist deutschland da du hast es ja schon gesagt wir haben die strengsten regeln sind wir da so ein bisschen streber und andere sehen viele sachen viel lockerer als wir und gibt es da dann konflikte bei einer zusammenarbeit also jugendschutz ist ja immer was was aus der gesellschaft herauskommt und in einer gesellschaft debattiert wird und da merken wir schon dass es unterschiede gibt die müssen jetzt aber nicht so sein dass man sagt irgendwie deutschland ist da ganz ganz streng was die jugendschutzeinstiftung anbelangt sondern wir sehen einfach kulturelle unterschiede also wir merken zum beispiel in zusammenarbeit mit den amerikanern da ist alles was irgendwie sexualität nacktheit betrifft da wird gleich ein ganz hohes rating rausgeschossen wo wir uns immer wieder fragen so warum jetzt eigentlich und umgekehrt ist es dann aber auch wieder so dass wir in deutschland auch einfach aufgrund der historie gerade bei kriegsthematik aber auch bei gewalt darstellung stückweit sensibler sind was bei den amerikanern überhaupt kein thema ist sage ich jetzt mal wahrscheinlich auch das ganze nazi thema sage ich jetzt mal das war ja auch absolut absolut auch das ne darstellung von von verfassungsfeindlichen symbolen die australier sind wieder bei den drogen ganz ganz streng also da reißt schon irgendwie wenn ich eine pfeife pfeife rauchenden priraten irgendwie im spiel habt da geht das rating gleich hoch also das sind so ein bisschen die unterschiede ist gleichzeitig aber auch die stärke gerade jetzt im verbund von der international age rating koalition um entsprechend jugendschutz über die grenzen hinweg zu machen und ich glaube das war auch ein ganz ganz wichtiger schritt dass man sich damals jetzt auch schon zehn jahre her überlegt hat wie schaffen wir es denn mit diesem riesigen mit dieser riesigen explosion auch im markt online spiele und apps irgendwie in jugendschutz reinzubringen und da ist die internationale zusammenarbeit ganz ganz wichtig inwiefern hat sich denn eure arbeit verändert jetzt durch diesen ich sage jetzt mal gerade bei corona kam noch mal ein größerer boom an sachen online zu kaufen und nicht mehr eben im geschäft also auch die die veränderung der art und weise wie gespielt wird was hat sich da gerade in den letzten jahren verändert also wir sehen ganz klar ganz hohen bedarf bei eltern wirklich zu wissen worauf kommt es an um einen verantwortungsvollen umgang mit dem thema gaming zu finden wir haben natürlich in corona zeiten erlebt dass spiele etwas waren was sehr sehr positiv war wo natürlich kinder und jugendliche zusammenkommen konnten auch wenn sie irgendwie ja sag ich mal physisch nicht die möglichkeit hatten sich zu sehen das heißt haben wir gemerkt dass spiele eigentlich ein sehr sehr verbindendes element haben wo dann auch sehr viel soziale austausch stattfinden konnte aber natürlich auch sowas wie spielzeit nutzungszeiten themen sind die eltern umtreiben und da sehe ich natürlich auch eine ganz klare klaren auftrag und auch gleichzeitig eine herausforderung an institutionen wie die usk um entsprechender eltern wirklich hilfestellungen zu geben was sozusagen die do's und don'ts sind was muss ich wissen bei der spieler nutzung meiner kinder wie stelle ich zum beispiel jugendschutz richtig und sicher auf den konsolen ein also das sind themen die auf jeden fall uns umtreiben wenn wir jetzt wieder den fokus auf die deutsche politik legen dann gab es ja die jugend medienschutz reform zum beispiel das thema glücksspiel ähnliche elemente in spielen oder auch einfach solche sachen wie offene chats es gab ja immer wieder fälle von cyber grooming jetzt auch vielen gaming selbst in spielen wo man es gar nicht denkt wie zum beispiel fifa das war für mich sehr überraschend dass das jetzt auch so ein wichtiger punkt geworden ist wieso war die reform so notwendig und wieso gab es die nicht schon früher wieso es die nicht früher gab muss man den gesetzgeber glaube ich fragen aber fest steht natürlich es waren fast 20 jahren also das jugendschutzgesetz wurde entsprechend 2003 ist so in kraft getreten in der jetzigen form und wurde dann quasi fast 20 jahre später wieder novelliert und aber aus meiner sicht auch wirklich notwendig also natürlich auch neue themen mit reinzubringen was kann ich entsprechend tun um online risiken von kindern jugendlichen entsprechend zu beschränken und zu verbessern wie man entsprechenden schutz im digitalen raum hinkriegt um eben entsprechend risiken wie cyber grooming also die ungewollte und anbahnende ansprache von kindern jugendlichen von sozusagen auch sexualstraftätern sozusagen entsprechend zu verhindern aber auch sowas wie cyber mobbing besser in den griff zu kriegen es wurde auch ein stück weit eine neue denke in den gesetzlichen jugendschutz eingeführt auch entsprechend eine förderung von orientierung jetzt einzuführen und entsprechend nutzungsrisiken die hast du auch gerade angesprochen stärker zu berücksichtigen und ich glaube das ist grundsätzlich gut so über das wie genau das gesetz war so ein stück weit undefiniert musste jetzt erstmal in die praxis gedacht werden muss man natürlich immer wieder darüber sprechen aber ich glaube das war ein ganz ganz wichtiger schritt also wieso ich jetzt klar die antwort darauf hast du ja natürlich nicht weil du nicht der gesetzgeber bist wieso ich das gefragt hatte war weil als ich mir das durchgelesen habe und eben gesehen habe okay das wurde 20 jahre nicht geändert und wir sehen ja jetzt schon diese schnelle entwicklung einfach technologisch und in der game branche ich denke mir okay in zwei jahren sind vielleicht wieder neue aspekte da wenn wir das jetzt vielleicht wieder 20 jahre lang nicht aufarbeiten dann sind wir da sehr hinterher hat die usk irgendwie eine auch eine beratende funktion dann für die politik um zu sagen so leute wir müssen jetzt gucken dass wir das gesetz vielleicht noch mal erneuern oder diese kriterien haben sich verändert also die usk wird auf jeden fall mit ihrer expertise da auch angefragt und natürlich auch immer wieder mit einbezogen und das schöne an selbstkontrolleinrichtungen wie der usk ist dass ein stück weit ja die regulierte selbstregulierung ja auch das ziel hat schon tätig zu werden bevor es vielleicht auch zu verstößen kommt und so weiter und das sehen wir auch in der praxis dass das sehr sehr gut funktioniert weil der staat natürlich nicht immer bei jeder neuesten technischen entwicklung dahinter sein kann wir merken gleichzeitig dass gerade in den letzten jahren sehr sehr viel regulierung entstanden ist auch auf eu ebene da sehe ich eher das problem dass viel ja das teilweise auch wirklich direkt der rechtsrahmen nicht wirklich miteinander verzahnt ist beziehungsweise sehr viel parallele regulierungen jetzt so ein bisschen wie pilze aus dem boden schießen wo man auch wirklich sich immer wieder fragen muss was heißt es jetzt genau für die praxis was ist jetzt eigentlich anwendbar wo bleibt noch die rechtssicherheit für unternehmen also das sind alles so fragen die auf jeden fall aufzuarbeiten sind unsere rolle ist natürlich ganz stark da auch in der praxis den jugendschutz und die jugendschutzrechtlichen regelungen dann auszugestalten und da gehen wir natürlich auch immer wieder voran also sowas wie zwei zum beispiel die leitkriterien haben wir 2020 schon angepasst und sowas wie glücksspiel thematiken entsprechend aufgenommen um da auch auf neue trends zu reagieren und ich glaube auf so einer untergesetzlichen ebene ist zu machen das ist sehr sehr sinnvoll und zeigt dann auch wirklich wirkung was denkst du denn was herausforderungen in den nächsten jahren sein könnte gerade für den jugendschutz im gaming bereich wir haben ja jetzt sehr viele entwicklungen gerade wie r wird jetzt noch mal präsenter meter ist noch ein bisschen hin aber könnte eben auch noch mal sehr viel mehr schutz benötigen einfach weil es noch mal ein ganz neuer raum ist den wir noch gar nicht kennen oder uns nur vorstellen können was denkst du was da sachen sind die auf die usk zukommen also wir haben natürlich so buzzwords wie das meter wars oder crypto trading crypto währungen vr nfts also das sind alles trends die wir natürlich auf der inhaltlichen ebene sehr sehr genau beobachten müssen immer wieder gucken müssen was ergibt sich dafür daraus vielleicht auch für eine jugendschutzrelevanz inwiefern kann das auch die entwicklung von kinder und jugendlichen beeinträchtigen das zumal auf der inhaltlichen ebene auf der sage ich mal aufklärungsebene sehe ich einen ganz ganz starken bedarf natürlich auch eltern immer wieder näher zu bringen sich mit dem medium auseinanderzusetzen die eltern wirklich auch mitzunehmen es gibt mittlerweile ganz ganz viele tolle technische einstellungsmöglichkeiten also ich kann eine konsole wirklich kindersicher konfigurieren leider ist es immer noch so dass viele eltern da das entweder zu wenig wissen oder zu wenig nutzen und da sehe ich wirklich die herausfolgen alle jugendschutz akteurinnen und auch an die politik dass diese botschaft immer wieder zu verbreiten auch die pädagogischen fachkräfte mitzunehmen damit gaming wirklich auch sicher bleibt wenn man sich also die grafik anguckt wie viele spiele in welcher alterskategorie drin sind dann sieht man dass es gegen keine jugendfreie gabe also dass es ab 18 ist oder bei 16 ein bisschen weniger ist als jetzt zum beispiel bei den spiel ab 12 ab 6 oder ab 0 meine vermutung dahinter war immer okay dann kann ich das spiel immer mehr leute verkaufen deswegen mache ich das spiel so dass es zum beispiel ab 12 ist und nicht ab 16 oder sogar ab 6 ist das ein 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 einflussfaktor dass die spiele dann vielleicht auch angepasst werden damit sie dann noch ein bisschen niedriger reinrutschen das finde ich ein spannendes finde ich eine spannende beobachtung weil wir eigentlich immer wieder gespiegelt wer kriegen wie schlimm die usk ist und dass wir spiele verbieten und wenn wir mal was nicht kennzeichnen dass es dann irgendwie ganz dass wir dann schuld sind wenn die spiele geschnitten werden und so weiter was natürlich nicht stimmt weil wir keine behörde sind sondern wirklich für die teilhabe am medium games stehen und nicht für verbote aber insofern also insofern kann ich den trend tatsächlich nicht nicht so ganz so beobachten oder teilen was man natürlich schon sieht ist dass sich auch ein stück weil die spruchpraxis immer weiter entwickelt und dass wir immer wieder neue spiele sehen mit einem neuen gameplay auch sowas wie wie heute haben wir schon über fortnight gesprochen wo es dann plötzlich ein shooter ist der sehr sehr comic-haft gestaltet ist was man dann vorher so auch noch nicht kannte dass man dann immer wieder neu diskutieren muss was macht das mit der lebensrealität von kindern jugendlichen und dadurch natürlich auch mal eine unterschiedliche spruchpraxis zustande kommt und welche also an sich klingt es wie ein traumjob wenn ich bei der usk arbeite und dann spiele anspielen kann und dann sagen kann ja ich finde das spiel ist ab sechs oder zwölf klar da gibt es jetzt auch die pädagogischen fachkräfte die das wahrscheinlich noch mal den einfluss da geben aber ich meine jetzt rein aus der spielerischen sicht habt ihr da jemanden der wirklich einfach nur gamer ist und sagt ich spiele jetzt mal das spiel durch und gucke mir das mal so aus der perspektive an also ich würde sagen bei uns arbeiten sehr sehr viele menschen die wirklich eine große liebe zu games haben und das medium wirklich gut kennen und gerne spiele spielen und natürlich kommt es dann auch vor dass wir irgendwie ein spieleanbieter irgendwie beraten der uns fragt wie würdet ihr mein spiel einschätzen was denkt ihr was ist in so einer usk gremium prüfung dann bekommen würde von den unabhängigen sachverständigen wo wir dann entsprechend auch so ein spiel einfach mal spielen müssen uns angucken müssen also ja ich würde schon sagen das ist ein ganz großer teil natürlich unsere arbeit wo man dann sich auch wirklich mit dem medium direkt befasst und ganz ganz praktisch ja super weil also ich frage nur weil es gibt ja oft dieses gewisse institutionen die vielleicht gar nicht leute da haben die vielleicht gar nicht so tief in der thematik drin sind und gerade beim gaming thema dadurch dass es eben mittlerweile schon mainstream geworden ist aber gerade bei eltern so immer noch sehr die da sehr zurückhaltend sind wollte ich einfach mal nachfragen ob da dann auch wirklich gamer dahinter sitzen absolut also man muss wirklich sagen unsere spiele sichterinnen und sichter die jetzt nicht fest bei uns angestellt sind aber ehrenamtlich entsprechend tätig sind im rahmen dieses freigabeverfahrens mit involviert sind die sind genau so wie du es beschreibst nämlich wirklich irgendwie menschen die sich ja die tagtäglich selber auch privat spielen die dann eben zu usk kommen um entsprechend da auch am jugendschutz mitzuwirken und dann entsprechend so ein spiel dem gremium dann auch präsentieren und die dann entsprechend auch wirklich ganz nah dran sind und dann sagen können was macht das mit mir was hat das für einen effekt die dann auch entsprechend noch jünger sind um entsprechend dann auch sozusagen das wirklich transportieren zu können und hast du abschließend noch irgendeinen ich nenne es jetzt mal ultimativen tipp für eltern wenn sie sich eben entscheiden möchten zum beispiel ob mein kind das jetzt elf ist auch ein spiel ab zwölf spielen kann wir haben es ja vorhin schon gesagt klar ist es keine pädagogische empfehlung aber das ist eben eine der häufigsten fragen die zum beispiel mir gestellt wurden bei den fortbildungen ja also das ist wirklich auch noch mal ganz wichtig zu wissen es gilt das elternprivileg in deutschland das heißt eltern können selber entscheiden was ihre kinder spielen dürfen gleichzeitig hat so eine altersfreigabe ja auch immer so ein sinn nicht machen aber der größte tipp an eltern ist eigentlich wirklich setzt euch mit den spielen auseinander lasst euch von euren kindern zeigen was was sie an den spielen wirklich fasziniert trefft am besten die konsoleneinstellungen selber redet mit eurem kind darüber gibt es da ein chat oder nicht dafür sind die auch die neuen zusatzhinweise der usk ganz ein wichtiger anhaltspunkt also wohl auf die altersfreigabe zu gucken also auch auf die zusatzhinweise und dann gemeinsam am besten mit dem kind im gespräch zu entscheiden mit wem chattest du mit wem kannst du dich anfreunden was fasziniert dich an dem spiel um dann wirklich auch so ein gefühl dazu dafür zu bekommen und ich glaube dass es auch ein stück weit natürlich die beste möglichkeit auch schon risiken irgendwie vorzubalken wenn man dann auch wirklich weiß was passiert da eigentlich und sich damit auseinandersetzt und es macht spaß gemeinsam spielen einfach mal die konsole in die hand nehmen gibt es ganz tolles spiele die man auch zu zweit spielen können ich glaube dass das meistens immer bei diesen pädagogischen fragen ist es dann meistens immer die ultimative antwort setzt euch einfach dazu und spielt mit was ja auch stimmt ja manchmal ist die manchmal ist die antwort zu leicht und klar es gibt natürlich auch wirklich ganz ganz viele andere tipps noch also sowas wie regeln festzulegen irgendwie sich am sonntag darüber zu unterhalten was sind jetzt irgendwie so die die medien nutzungszeiten die wir für die woche vereinbaren aber dafür müssen eltern auch verstehen wenn ich jetzt irgendwie nach wenn ich meinem spiel meinem kind 20 minuten spielzeit erlaube und dann auf den pause knopf drücke dass ich dann konflikt und der konfrontation habe ist irgendwie vor programmiert weil viele spiele halt nicht in 20 minuten fertig sind so und vielleicht auch eine runde nicht in 20 minuten fertig ist und dafür brauche ich ein verständnis beim spiel ganz genau ganz genau also da muss ich irgendwie auch wirklich ins gespräch gehen und mir angucken was wird da gespielt und genau ja super ja dann bin ich auch schon am ende mit meinen fragen vielen dank dass du mit mir zusammen dieses thema nochmal aufgedröselt hast wie gesagt dass es ein sehr präsentes thema mit das immer mit sehr vielen fragen verbunden ist bei lehrkräften aber auch bei eltern und hast du noch irgendwas abschließendes was du sagen möchtest einfach nur vielen dank und es war ein ganz spannendes thema auf jeden fall heute schön dass ich dabei sein durfte und gerne einfach auch mal bei der usk webseite vorbeischauen wir haben entsprechend auch eine erklärseite für eltern wir haben lexikon mit gaming begriffen wo wir eltern entsprechend auch so ein bisschen das vokabular erklären und auch mithalten zu können wir haben schöne anleitungen wie man jugendschutz konsolen sicher einstellt also einfach mal bei uns auf der webseite www.usk.de vorbeischauen werden wir auf jeden fall auch in die beschreibung der folge rein tun ja dann vielen dank für das gespräch und bis zum nächsten mal tschau tschüss